Bessere Ergonomie für ein besseres Leben. Viele von uns verbringen durchschnittlich ein Jahrzehnt unseres Lebens sitzend am Arbeitsplatz. Das macht deutlich, wie wichtig regelmäßige Ruhepausen und eine gute Sitzhaltung sind. Auf Grundlage fundierter physiologischer Forschung und einer zweckmäßigen Ausarbeitung haben wir Ergorest entwickelt, um Ihre Sitzhaltung zu optimieren. Ob Sie im Büro, zu Hause oder woanders arbeiten. Ergorest Armstützen fördern nachweislich eine bessere Sitzhaltung, reduzieren Müdigkeit am Arbeitsplatz, steigern die Produktivität und minimieren arbeitsbedingte Verletzungen durch Muskelverspannungen und Belastung. Um Ihre Sitzhaltung am Arbeitsplatz zu verbessern, folgen Sie einfach den Vorgaben darunter. Begeben Sie sich in die Reichweite Ihrer Arbeitsfläche und Ihres Monitors und stellen Sie dabei die Sitzhöhe Ihres Sitzes so ein, dass Ihre Füße flach auf dem Boden ruhen und Ihre Oberschenkel auf einer Linie sind. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne Ihres Sitzes Ihrem Rücken stets einen Halt bietet. Beachten Sie, dass ausreichend Platz zwischen Ihren Beinen und der Vorderseite des Sitzes vorhanden ist. Bringen Sie Ihre Armstützen in etwa 60 cm voneinander entfernt an. Stellen Sie die Höhe Ihrer Armstützen so ein, dass Ihre Schultern dabei entspannt sind. Ihre Arme sanft auf den Armstützen ruhen und Ihre Handgelenke geradezu in einem parallelen Zustand sind. Durch eine ergonomischere Sitzhaltung am Arbeitsplatz mit Hilfe von Ergorest können Sie langfristige Gesundheitsrisiken reduzieren, die Produktivität steigern und Ihr physisches sowie auch geistiges Wohlbefinden steigern. Ergorest – Entspannung pur www.sitz www.sitz.com